ich werde mir jetzt den langer dampflok bahnhof erlaufen aufpassen dass wir hier nichts falsches willen so ich gehe mal eben ein bisschen schritt schneller da 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 das ja 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 So, jetzt kommen wir dem Langener Bahnhof schon entgegen. Nicht, dass wir jetzt hier gleich einen Kulturschock kriegen. Das ist schon unglaublich, die nicht mal Langener wissen, wo das ist. So, das würde ich als doch sehr modernen Bahnhof zeichnen. Der Bahnhof ist hier sehr markant oder fulminant bekannt. Ah, hier von Langener nach Hannosa, oder wie? V, meine Güte. Okay, naja, da weiß ich auch nicht, wie das zusammenhängt. So, das ist der Bahnhof.